Warnung, dieses Video könnte etwas laut werden, deshalb bitte ich Sie, Ihre Boxen bzw. Ihr Headset etwas leiser einzustellen. Vielen Dank. Hallo, ich bin YouTube, ich bin YouTube, hallo, hallo YouTube, hallo YouTube, ich habe heute Geburtstag, hallo. In einer Beziehung muss man gehen und nehmen, ich gebe dir Penis und nehme dann den Bus. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Letztest von... Und wo ist denn Peter? Ich bin in YouTube. So, dann zocken wir jetzt mal in der Runde. So, es geht darum, dass wir einem kleinen Jungen helfen müssen, das Haus aufzuräumen. Nein. Ich bin immer noch in YouTube. So, das Spiel ist so, man muss einfach alles hier einräumen. Jetzt müssen wir alles einfach aufregen. Ja, und der Dreck, der bleibt am Bösen, oder was? So, jetzt müssen wir das da hinten irgendwo wegmachen und jetzt können wir da hinstellen. Dankeschön. So, der lieber Peter, der riecht jetzt was in der Küche. Scheiße! So, jetzt sind hier seine Ghettoeltern. Es sind Erdbeeren mit Scheiße! Wie Erdbeeren! So, das Essen kommt dann hier hin. Hier kommt Essen und hier. Ja, egal, ich halt schon was ab, gell! Essen ist fertig! Und der liebe Peter ist schon ziemlich high vom Essen geworden. Peter! Peter! Zeit aufzuräumen! So, das müssen wir alles hier reinmachen. Und das Essen. Wohin ist alles? Ja, alles. Wenn's in den Schrank will. Ja, das kommt hier. Äh, die Gabel. Moment. Die Spüle. Die muss man spülen. 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 Die muss man spülen. Die muss man spülen. Die Küche ist super! Oh, unglaublich! Wie macht er lassen? Du hast vergessen, dein Zimmer aufzuräumen. Bitte Ladygast, bevor du spülen gehst. Aber Mama, ich will nicht spülen! Bitte Ladygast! So, der Peter mit seinem Make-up brennt da jetzt hoch. Und anstatt einfach die ganze Sache unter das Bett zu schieben, müssen wir das natürlich eignen. Ja, klar, wieso nicht? Das macht er klasse. So, wenn der Ball hier... So, das Buch kommt natürlich in die Kiste. In die Kiste! So geht es nicht. Ich muss in den Schrank rein. In die Kiste! So, und das war's mit seinem Zimmer von Peter. So, jetzt merkt, oh mein Gott, es ist wirklich gefährlich, Dinge einfach liegen zu lassen. Ich muss das mal vorne machen! Ich muss das mal vorne machen! Der arme Kalle! So, der Peter muss jetzt hier einfach alles in die Kiste. Hey, der hat eine Laschfrage, du! Der hat eine Laschfrage, du! Komm gleich raus zum Spielen! So! Jetzt müssen wir Peter mit seiner Ghetto-Kleidung anziehen. Mach dich bereit zum Spielen! Peter! 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 Bei der nächsten Let's Test anfangen wir wieder an.